So, moin zusammen und danke fürs Einschalten. Heute geht es hier um Naval Action. Ich habe heute vor euch ein bisschen von dem Spiel zu erzählen, weil es hat sich ja wirklich viel geändert und auch ich habe mir sehr lange die Frage gestellt, sollst du oder möchtest du wirklich so ein Spiel weiterspielen? Möchtest du das wirklich oder ist das Spiel einfach nicht mehr relevant für dich? Ich habe mich natürlich sehr lange mit der Frage befasst, weil ich selber mit dem Update, was jetzt rausgekommen ist, nicht so zufrieden bin, sage ich mal. Das merkt man aber auch an der Anzahl der Spieler, die auf den Servern heutzutage sind. Es sind sehr, sehr wenige. Selbst am Freitag oder Samstagnachmittag sind es vielleicht 300, 400 Spieler auf den Servern. Das war sonst nicht so. Man konnte früher sagen, dass mal 1000 Leute oder noch mehr auf den Servern waren. Und ja, wieso ist das eigentlich so? Und das kann ich euch ganz einfach beantworten. Das Update, was rausgekommen ist, hat eben vieles verändert. Zum Beispiel wisst ihr ja, dass jetzt nach dem Update das alles so ist, dass jedes Schiff nur noch ein Durability Point hat. Das heißt, egal ob es jetzt eben ein Klasse 6 oder 7 Schiff ist und das eben sehr klein noch ist, wird es einmal versenkt, ist es weg. Und die Crew ist weg. Die Kanonen, die man übrigens jetzt auch bezahlen muss, die sind eben dann auch weg. Und man bekommt für die Schlacht, auch wenn man verloren hat, kein einziges bisschen Belohnung dafür. Auch wenn man gekämpft hat und vielleicht Schaden beim Gegner angerichtet hat. Man bekommt einfach gar nichts. Das ist schon mal der erste Punkt. Man muss mega heftig eben auf sein Schiff aufpassen. Und das ist das Wichtigste und wenn ihr Naval Action wieder anfangt, sage ich euch, ihr müsst in einem Clan sein und ihr müsst an irgendeinem Ort sein, der verlassen ist. Ein Ort, wo ihr ungestört Missionen machen könnt. Erst dann kann es sein, dass ihr erst an Geld kommt. Durch dieses Geld könnt ihr euch größere Schiffe kaufen und dann immer höhere Missionen machen. Und so kommt ihr auch wieder an Geld. Ansonsten habt ihr keine Chance. Ich habe das nämlich einmal probiert, da ich nämlich bei Great Britain bin. Und ich bin ja jetzt auch im GNF-Clan. Das ist auch soweit sehr gut, weil das ist natürlich auch ein deutscher Clan. Ich bin hin und wieder auch dann eben mit denen in einer Party. Und es ist halt so, ich sage mal so, ich sage jetzt nicht den Ort, wo wir eben Missionen machen, aber bitte fangt nicht an, wenn ihr in Great Britain anfangt, dass ihr um Kingston Port Royal oder so Missionen macht. Und ich habe einmal mit diesem Klasse 4 Schiff, glaube ich, in der Fatigabel oder, ja, ich glaube, so heißt das Schiff. Das Schiff hat man auf jeden Fall von Naval Action geschenkt bekommen. Und da habe ich einmal Missionen gemacht. Und es war um Kingston so herum. Ich habe die Mission angefangen, hatte zwei Gegner, mit denen ich kein Problem hatte. Und was ist, es kommt ein Online-Gegner rein. Und die ganze Schlacht kippt natürlich. Ich habe das Schiff irgendwann verloren, weil ich eben nicht mehr ankämpfen konnte. Es ginge einfach nicht mehr. Ich habe drei Gegner gehabt, keine Chance gehabt. Weg war das Schiff. Und das meine ich eben. Ihr braucht unbedingt einen Platz, eben, wo ihr in Ruhe und ungestört eure Mission machen könnt. Das Video, was ihr jetzt im Hintergrund seht, das ist, da sind wir eben zu einem Port Battle hingefahren. Also so ein Hafenangriff. Deswegen seht ihr auch jetzt so viele Schiffe hier von Great Britain. Und das ist auch gut so, weil die Nationen, die schwächeln eben, weil sehr viele Spieler eben fehlen. Weil es, wie gesagt, eben schwieriger geworden ist. Außerdem werden jetzt ganz viele PvP-Marks eben benötigt, um zum Beispiel eine Victory oder eine Laotian-Genehmigung. zu bauen oder herzustellen, sozusagen. Und diese PvP-Marks bekommt man eben in Missionen. Also ihr seht schon, es ist vieles sehr schwieriger geworden. Und man muss sehr, sehr vorsichtig sein, was den Umgang mit dem Schiff angeht. So, das war es jetzt von meiner Seite auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.